Warnung an alle Rentner! Doppeltes Abkassieren der Energiepreispauschale ist verboten! Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten kürzlich auf unserer Internetseite von Rentenbescheid24.de unser FAQ zu Ihren Fragen zum Thema Energiepreispauschale veröffentlicht. Unter anderem geht es auch immer wieder um die Frage, was passiert, wenn ich als Rentner die Energiepreispauschale doppelt erhalte? Mache ich mich dann strafbar oder nicht? Muss ich sie zurückzahlen, wenn ich zu viel kassiert habe? Und so weiter und so fort. Und diese Fragen, die nehmen wirklich kein Ende. Da ist eine gewisse Unsicherheit da. Und deshalb möchte ich hier in dem Video noch mal ganz kurz auf die Rechtslage eingehen mit dem Stand 17.09.2022. Also, die Bundesregierung hat beschlossen, dass alle Rentnerinnen und Rentner, die im September 2022 Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben, zum 1.12.2022 die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen sollen. Nun kann es natürlich passieren, dass viele Rentner, pensionierte Beamte, Selbstständige, Rentner mit Minijob und so weiter, schon am 1.09.2022 die Energiepreispauschale ausgezahlt bekommen haben, in welcher Höhe auch immer. Jetzt bekommen natürlich die Rentner, haben dann Anspruch noch mal zum 1.12.2022. Und da sagt der Gesetzgeber, doppelt ist nicht. Das heißt also, viele Rentnerinnen und Rentner werden die Energiepreispauschale de facto wahrscheinlich zweimal gezahlt bekommen. Einmal im September und einmal im Dezember. Jetzt geht es wirklich nicht um die Frage, ob Sie sich hier strafbar machen, sondern es geht einfach nur um die Frage, wie verhalten Sie sich jetzt praktisch, wenn Sie die Energiepreispauschale das zweite Mal gezahlt bekommen haben. Sie müssen sie zurückerstatten an die deutsche Rentenversicherung. Das Kernproblem, was wir jetzt aktuell haben, ist, wir können noch nicht sagen, noch nicht genau sagen, wie genau die Abwicklung der Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale erfolgt. Also gibt es dann ein Anschreiben der deutschen Rentenversicherung an Sie, wo drin steht, mit den Hinweisen, passen Sie bitte auf, wenn Sie die schon bekommen haben, die Energiepreispauschale, erstatten Sie die uns wieder zurück. Also das hat nichts mit der Frage damit zu tun, ob Sie sich überhaupt strafbar machen, weil die meisten von Ihnen erschleichen sich ja die Energiepreispauschale nicht, sondern sie wird einfach nur doppelt gezahlt oder zweimal dann halt eben gezahlt oder zum zweiten Mal gezahlt. Also von der Seite her kann ich nur noch mal sagen, Sie dürfen sie, wenn Sie die zweimal bekommen, die Energiepreispauschale pro Kopf, zweimal bekommen als Rentner, dürfen Sie die nicht behalten das zweite Mal. Das heißt, Sie müssen sie zurückerstatten. Das heißt auch nicht, dass Sie sich strafbar machen, weil die deutsche Rentenversicherung wahrscheinlich gar nicht vorher fragt, ob Sie die Energiepreispauschale im September zum Beispiel schon erhalten haben. Wer sich nicht sicher ist, der kann doch einfach die deutsche Rentenversicherung im November kurz anschreiben oder seinen Rentenversicherungsträger anschreiben und denen mitteilen, Leute, ich habe das Geld schon einmal bekommen, ich möchte es nicht haben. Also von der Seite her können wir einfach nur sagen, wir müssen abwarten, wie die genaue Umsetzung erfolgt, weil die Ampelregierung zwar die Ankündigung gemacht hat, dass die Energiepreispauschale zum 1.12.2022 für alle Rentner kommen soll, aber es fehlt noch an der gesetzgeberischen Umsetzung dieser Maßnahme. Und das ist genau aktuell unser Problem. Wenn es dann Neuigkeiten gibt, werden wir das natürlich auch in unserem FAQ und mit einem entsprechenden Video dann nochmal aktualisieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.